Hallo, Schalke 04 Fans! Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Heute bringen wir Ihnen ein wichtiges Update zum Marktwert unserer Spieler, denn wir haben gute und schlechte Nachrichten. Aber abonnieren Sie zunächst den Kanal und hinterlassen Sie einen Kommentar im Video, damit Sie keine Neuigkeiten über Schalke verpassen. Wie viele von euch vielleicht bereits wissen, hat Transfermarkt.de kürzlich die neuen Marktwerte der 2. Bundesligaspieler veröffentlicht, und die Ergebnisse waren für unseren geliebten S04 nicht so ermutigend. Leider ist der Gesamtwert unseres Kaders seit dem letzten Update erheblich gesunken und beträgt rund 4,6 Millionen Euro. Dies spiegelt die schwierige Saison wieder, die uns bevorsteht. Brenton Soppi, der im Januar mit großen Erwartungen angereist war, musste einen Rückgang seines Marktwerts um die Hälfte von 6 Millionen auf 3 Millionen Euro hinnehmen. Auch andere Spieler wie Lino Tempelmann, Timo Baumgartl und Cedric Brunner mussten erhebliche Wertverluste hinnehmen. Es sind jedoch nicht nur schlechte Nachrichten. Es gab einige positive Ausnahmen, wie etwa Kike Top und Thomas Kalas, die einen Anstieg ihrer Marktwerte verzeichneten. Es ist wichtig, die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Zukunft des Klubs zu verstehen. Der Rückgang der Marktwerte könnte die Fähigkeit von Schalke 04 beeinträchtigen, neue Spieler zu verhandeln und den Kader für die nächste Saison zu verstärken. Andererseits könnten Wertsteigerungen von Spielern wie Kike Top und Thomas Kalas Chancen für die Entwicklung interner Talente und die Stärkung des Teams darstellen. Aber was ist Ihre Meinung? Kommentieren Sie unten Ihre Meinung, abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf den Gefällt-mir-Button, damit Sie hier auf dem Kanal keine Neuigkeiten von Schalke verpassen.